Die Weltsensation, Bodo Schiffmann bei einer wenigstens immerhin im öffentlich-rechtlichen Mediengeschehen, wenn auch wahrscheinlich in dem letzten und kleinsten Rand des hessischen Rundfunks HR, aber immerhin. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, denn an sich gilt doch die Formel, wenn einer einmal so offen als Verschwörungstheoretiker brandmarkt wurde wie Bodo Schiffmann und Widerstand 2020, dass dann das Öffentlich-Rechtliche die Finger davon lassen würde, aber darüber berichte ich gleich. Aber immerhin ist es also geschehen, ein Wunder ist geschehen. Dann, wir rufen ja quasi den Verschwörungstheoriestopp aus, um gleich die falschen Leute zu verabschieden. Aber man muss auch Verständnis haben, woher kommt denn diese Verschwörungstheorie, ich verweise auf alle anderen 500 Sendungen und vier Homepages und so weiter. Die müssen studiert werden, ich kann nicht immer alles wiederholen. Hinter den Verschwörungstheorien, was ist das eigentlich, Verschwörungstheorien? Da geht es eigentlich um tief frustrierte Menschen, die einen Hass haben, Schuldiges suchen, Böses suchen, aus dem Frust heraus, weil sie eben geistig etwas unterbemittelt und minderbemittelt sind, suchen sie halt böse Menschen, denen sie die Schuld für ihren Frust in die Schuhe schieben können. Und woher kommt denn der Frust? Der Frust kommt durch die Marktwirtschaft. Das heißt, der einzige Fehler, der Verschwörungstheoretiker ist, dass sie nicht klug genug sind zu erkennen, dass ihr Frust nicht durch böse Menschen verursacht wird, sondern durch das System Marktwirtschaft. Das ist eigentlich alles, ne? Also, ganz kurze Beschreibung. Hier, dieser Früharzt und Frühhändler erzählt, lebt noch in Zeiten der Wahrheit. Und er sagt, ist ja toll, wie liebevoll ihr alle in euren Kommunen lebt, dass es einen tollen Zusammenhang gibt, dass keiner frustriert ist, sondern alle irgendwo glücklich sind und so weiter und herrlich und dass ihr euch so natürlich ernährt und so weiter. Und hier dieser Früharzt und Frühhändler sagt, ach nein, ist das eklig, all das Geschmuse in euren Kommunen und so weiter und ekelhaft und diese Ansteckungsgefahr und ach, schlimm und unmoralisch, unkeusch und so weiter. Ja, und dieser leider unter Bedingung der krallischen Marktwirtschaft ist es immer dieser Früharzt und Frühhändler, der hier zwei Kinder ernähren kann, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder, eine Großfamilie der Medizinprofessoren und Händlerdynastien begründen kann. Und der hier stirbt immer spätestens hier in der dritten Generation aus, weil was kann der schon verkaufen? Er hat lauter glückliche Menschen, während der hier lauter konsumsüchtige Menschen hat, die zutiefst frustriert sind und voll Hass sind und die dann natürlich auch anfällig sind für Verschwörungstheorien. Also es ist der Frust, der durch die Marktwirtschaft verursacht ist, der die Menschen sozusagen hasserfüllt, frustriert, die haben also inneren Stress, das ist der Frust sozusagen und dann kommen die Verschwörungstheoretiker und sagen, ja, da gibt es böse Menschen, die sind schuld an deinem Frust und dann sagt der Verschwörungstheoretiker-Kunde sozusagen, sagt, ja, also jetzt verstehe ich diese bösen Schweine, die, ja, und schon haben wir diese verfassungswidrige Verschwörungstheorie-Tendenz. Schluckwasser. Und beim gestrigen Sendung vergaß ich den Esospiro-Psycho-Quatsch besonders zu erwähnen und als Strafe fand ich dann gleich wieder ein Video, eine Sendung, die mir diesen Esospiro-Quatsch und Psycho-Quatsch gleich wieder präsentierte. Also noch einmal, ja, um es ganz klar zu sagen. Ungebildete Menschen, die keine Ahnung von der Welt haben, die glauben dann auch aus ihrem Frust heraus esoterischen, spirituellen Quatsch sozusagen. Ich spreche ja ganz bewusst auch von Verschwörungstheoretischen Sekten, ja, und die Esospiro-Psycho-Quatsch-Sekten gehören eben auch dazu. Alles, was sie an Psyche und an Seele und an so etwas brauchen, ist bei den nextscientistsforfuture.de in realistischer Form drin. Ich habe es ja eben schon gesagt, hier zum Beispiel nur in diesem einen Beispiel, dass hier also quasi aufgrund der Evolutionsprozesse innerhalb der Marktwirtschaft notwendig sozusagen unser Liebesleben unterdrückt werden musste, wir dadurch Frust erzeugt haben. Und das ist die einzige Psychologie, wenn Sie nach der Ursache der Neurose suchen, ja, dann haben Sie hier, es gibt nur die Ursache, zum Beispiel hier die Unterdrückung der Sexualität. Das hat Sigmund Freud auch und Wilhelm Reich haben das von Anfang an geahnt, haben es dann aber, Freud hat es dann nicht mehr gewagt, weil Ihnen dann das Geschäft über die Wahrheit ging, wahrscheinlich diese zentrale Erkenntnis, dass alles Neurosegeschehen eben auch irgendwie mit der Unterdrückung der Sexualität zu tun hat. Und natürlich spielen auch alle anderen gewinnbringenden Irrtümer dazu, die Menschen verrückt zu machen, weil verrückt aus der Realität, denn jeder gewinnbringende Irrtum rückt die Menschen aus der Realität heraus. So, und mehr Psychologie brauchen Sie nicht, darf ich Ihnen sagen, nachdem ich als Psychologie studiert habe, zum Beispiel Durchschnittsnote 1,1 und als das Ausnahmetalent galt und als Psychotherapeut, Psychoanalytiker viele Jahre gearbeitet habe, bis mir klar wurde, dass ich mich im Esospiro-Psycho-Quatsch befand. Und bis ich begriffen habe, dass wir uns nur noch auf Naturwissenschaft stützen können. Und es gibt ja in der Psychologie, es gibt ja auch bei den nextscientistsforfuture.de auch Psychologen und so weiter, aber die Psychologie hat einen ganz starken naturwissenschaftlichen Anteil und den haben wir natürlich übernommen und der ist quasi, der gehört quasi auch zur Psychobiologie, der gute Teil und der evolutionspsychologische Teil und der psychobiologische Teil und so weiter. Aber alles andere ist sonst, was es sonst so gibt, auch besonders im Internet, ist Esospiro-Psycho-Quatsch. Ich glaube, und das gehört in die gleiche Kategorie wie die Verschwörungstheoretiker-Sekten, das ist dann halt die Esospiro-Psycho-Quatsch-Sekte. Und da gehört das rein. Und lassen Sie sich von diesen Sekten nicht einspinnen. Sie lassen sich doch auch nicht von der Scientology einspinnen in deren wahren Gebilde. Das ist übrigens auch eine Psycho-Quatsch-Sekte, denn das ist so eine Art Billigkopie von Sigmund Freud mit noch mehr Fehlern als Sigmund Freud. Und Sie lassen sich doch auch nicht von den Zeugen Jehovas einfangen. Warum lassen Sie sich dann im Internet von den Esospiro-Psycho-Quatsch-Sekten und von den Verschwörungstheorien-Sekten, Theoretiker-Sekten einfangen? Warum? Also noch einmal, Ihr Frust ist berechtigt, der Frust ist berechtigt, der entsteht durch die Marktwirtschaft und es ist ein anders verfassungsfeindliche, grenzender Großirrtum gegen böse Menschen zu hetzen. Vor allem ist das deswegen auch besonders schlimm, ich gehe mal ein bisschen auf Verschwörungstheoretiker ein. Zum Beispiel einer der ganz bekannten Verschwörungstheoretiker, der sagt so Sätze wie Die wollen die Eskalation, dass es ein anderes Ziel geben muss. Nein, vielleicht gibt es kein anderes Ziel, außer dass die Frühärzte sich geirrt haben und dann auch zum Beispiel den Glauben entwickelt haben, im Gegensatz zur Wahrheit, dass Viren und Bakterien, Mikroorganismen immer unheimlich gefährlich seien und die absoluten Killer sein, während die krankmachende Ernährung, die moderne Ernährung gar keine Rolle spielen würde, sondern alles wäre entweder Genetik oder Killer-Mikroben, Killer-Viren und so weiter. Und wer sowas glaubt, der hält ja die Leute davon ab, ihre Ernährung umzustellen. Dadurch werden die Leute häufig krank und er kann wieder zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und sozusagen eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Und dadurch ist es quasi so, dass ganz normal man keinem Mainstream-Experten, keinem Durchschnittsexperten der durchschnittlichen Schulmedizin glauben kann, weil die alle diese gewinnbringenden Irrtümer gelernt haben. Und da muss es gar kein anderes Ziel geben, sondern das war einfach nur eine Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtung. Und der Fehler liegt daran, dass genauso die Politiker der Marktwirtschaft vertrauen und damit den marktwirtschaftlichen Mainstream-Experten vertrauen. Und da liegt der Fehler. Wir müssen aufhören, der Marktwirtschaft zu vertrauen. Und ganz einfach, da will niemand eine Eskalation und es muss auch kein anderes Ziel geben. Es war einfach nur ein Irrtum. Gefährlichkeitsüberschätzung führt zu vielen und zu starken Maßnahmen. Und zwar zu übertrieben großen Maßnahmen. Mehr nicht. Ich lese weiter. Dieser Verschwörungstheoretiker zeigt lauter, also auch im Internetfernsehen wurde lauter Widerstand gegen die Staatsgewalt gezeigt. Also Dinge, wo Polizisten gar nicht anders können, als zuzupacken. Denn wenn ich doch einem Polizisten begegne, dann signalisiere ich dem doch, dass ich das befolge, was er sagt. Weil sonst ist es Widerstand gegen die Staatsgewalt. Es sind also lauter Leute, die den Krawall suchen, die eigentlich die Rauferei mit der Polizei suchen. Aber die Verschwörungstheoretiker reden dann kommentierend von Polizeigewalt oder ähnlichen Dingen. Nein, es ist so, wenn ich einem Polizisten begegne, dann gebe ich dem doch zu verstehen, dass ich selbstverständlich allen seinen Anweisungen folge. Sonst ist es Widerstand gegen die Staatsgewalt und ich provoziere damit, dass die Staatsgewalt durchgreift. Und ich kann doch hinterher juristisch dann klären, ob vielleicht dann der Polizist unrechtmäßig gehandelt hat. Aber wie gesagt, der Polizist handelt in dem guten Glauben, dass es sich um ein Killer-Virus handelt und dass, wenn dann Demonstranten gegen Abstandsregeln verstoßen, dass sie damit andere Menschen tödlich gefährden. Und dafür muss der Polizist die Leute, die anderen Leute schützen, die dann durch diese Ausbreitungschance, die das Virus bekommt, in der Theorie bekommt, in der übertriebenen Theorie bekommt. Und wer da sich gegen die Polizisten stellt, der ist wirklich selber schuld. Ja, also deswegen gehe ich auch auf solche Demos nicht, weil es ist, das ist, wenn der Staat einmal zu dem Irrtum gekommen ist, dass es sich um ein Killer-Virus handelt, ist alles, was er danach tut, folgerichtig und zwangsläufig. Und wenn ich dagegen angehe, dann muss ich es automatisch mit der Polizei zu tun kriegen, weil ich dann mich selber in den illegalen Bereich begebe. Und der Staat hat die Erlaubnis, wenn es jetzt eine Pestwelle gäbe, dann würde doch auch jeder verstehen, nur gibt es bei der Pest, hätten wir jetzt 30 Millionen Tote in Deutschland oder 27 Millionen Tote in Deutschland, ja, Schluck Wasser. Ja, also wenn es die Pest wäre oder so, dann würde doch auch jeder alle Maßnahmen verstehen. Und wäre doch klar, dass dann das Versammlungsrecht vorübergehend außer Kraft gesetzt werden muss. So, dann sagt dieser Verschwörungstheoretiker, ja, also dass die meisten Verschwörungstheoretiker jetzt auf Telegram flüchten. Ich habe auch mitgekriegt, dass sie auf Bitch-Shoot flüchten. Ja, das wäre ja schön, wenn wir endlich im Internet, im größeren Internetfernsehen Ruhe hätten vor diesen Verschwörungstheoretikern. Denn leider wollen die überhaupt nichts dazulernen. Das ist halt das Vorrecht der mangelnden Bildung und der mangelnden Klugheit, dass wer ungebildet ist und mangelnde Klugheit hat, natürlich schon mal gar nichts dazulernen will und kann. Sein Gehirn ist schon am Limit, sozusagen. Und das, da können wir nichts machen, die müssen von den seriösen Internetfernsehplattformen einfach rausgedrängt werden. Ja, wenn man die Kinder normal gelassen hätte, also Kitas, Schulen und alles aufgelassen hätte, das wäre wahrscheinlich besser dosiert gewesen. Warum? Weil jetzt natürlich neuere Zahlen aufgetaucht sind, die nochmal wiederholt worden sind. Ich hoffe, in dem Falle hat sie ein Verschwörungstheoretiker wiederholt. Ich hoffe, dass er sie trotzdem richtig wiedergegeben hat. Ich gehe nur vorher schnell noch auf LeFloid und Attila Hildmann ein. Ja, der LeFloid schildert das so, dass also bei Attila Hildmann eine indirekte Gewaltaufrufe drinsteckten. Also der zeigt sich wohl auch mit Gewehr und beim Schießen und so weiter. Und dann hatte jemand auch ein T-Shirt mit einer Pistole drauf und so weiter in seiner Nähe bei seiner unangemeldeten Demonstration und so weiter. Übrigens hat sich der Attila Hildmann nicht mit dem Polizisten geprügelt, weil er eben doch so viel noch Anstand hatte, dass er da den Aufforderungen der Polizei dann gefolgt ist. Und LeFloid sagt auch ganz richtig, wie wir gesagt haben, der Verfassungsschutz macht zu wenig. Die linksextremistischen, verschwörungstheoretischen Sektierer, die rechtsextremistischen, verschwörungstheoretischen Sektierer, die ESO- und Psycho-Quatsch- und ESO-Spiro- und Psycho-Quatsch-Sektierer, das sind durchaus gefährliche Elemente mit versteckten Gewaltaufforderungstendenzen mit drin. Und da muss uns der Verfassungsschutz besser schützen, bevor diese Leute endgültig durchdrehen, aufgrund ihres Frustes anhand der Marktwirtschaft. Viel besser wäre es natürlich noch, wenn der Verfassungsschutz sagen würde, ja die Ursache für all diese Gewaltbereitschaften, die da schwelen, liegen an der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft, dass die die Ursache ist, aber das wäre für den Verfassungsschutz wahrscheinlich schon wieder geistig zu viel verlangt. Aber jetzt gehen wir auch mal auf die neuen Zahlen ein, wenn die stimmen. Ich habe die jetzt von mehreren Seiten gesehen, ich habe sie auch schon einmal ein bisschen erwähnt, aber jetzt nochmal neuer. Und diese neuen Zahlen würden dann also endgültig beweisen, dass tatsächlich nicht nur es sich um eine Gefährlichkeitsüberschätzung der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie handelt und damit auch der Politik sozusagen und der Medien, sondern dass bei den Maßnahmen auch weit überhöht getätigt wurde. Denn wenn wir sozusagen, oder wir müssten sagen, dass wir die gleichen Maßnahmen jetzt alle zwei, drei Jahre jedes Mal wieder tun werden, um die Leute vor dem Grippetod im Winter zu schützen. Denn vom 1. Januar bis 19. April 2018 gab es 330.000 Tote. Das dürfte stimmen, denn da ja jedes Jahr sowieso 950.000 Menschen in Deutschland sterben und wir in dem Winter sowieso eine Übersterblichkeit immer haben, es sind 330.000 Tote hoch plausibel. Also das seien sozusagen die Staatsstatistiken. Die müssen ja dann irgendwie aus dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden stammen. Also Schluck Wasser. Also dann hätten wir 1. Januar, also Jahresanfang bis 19. April, 330.000 Tote im Jahre 2018. Jetzt haben die Maßnahmen oder auch nicht die Maßnahmen, wir wissen es ja nicht genau, 2020 bewirkt, dass wir nur 304.000 Tote haben. Also kann man sagen, entweder waren die Maßnahmen zu stark, man hätte zum Beispiel die Kinder weiterhin in die Kitas und Schulen gehen lassen können und damit viele Probleme schon mal gelösen können, ja. Denn warum sollen wir denn künstlich, wir können jederzeit künstlich die Sterblichkeit versuchen runterzuknüppeln. Das können wir jederzeit. Aber damit können wir auch eben den ganzen Staat total ruinieren, ja. Das können wir. Und wir haben ja jetzt gezeigt, irgendwie mal sehen wahrscheinlich, ob die Maßnahmen daran eine Wirkung gebracht haben oder nicht. Auf jeden Fall haben wir gewaltige Maßnahmen. Und wir haben dieses Jahr nur 304 Tote. Wir hätten also die Maßnahmen dann sofort schon wieder lockern müssen, damit wir diesen 330.000 Toten etwas näher kommen. Denn eine künstliche Untersterblichkeit zu produzieren, das ist möglich. Aber dafür muss man halt immer einen super hohen Preis bezahlen. Das ist so ähnlich wie, Sie könnten auch jemanden, der 120 Jahre alt ist, zum Beispiel mit riesigen Kosten, könnten Sie alle seine mürben und brechenden Knochen oder so etwas, könnte man wahrscheinlich auch technisch noch irgendwie ersetzen. Das würde wahrscheinlich Milliarden kosten, aber man würde das können. Aber dann würde man die restliche Gesellschaft total ruinieren. Also es muss doch eine Verhältnismäßigkeit sein in allem, ja, so traurig das ist. Denn natürlich ist die Medizin-Industrie-Ideologie, dass wir alles Geld der Welt aufwenden wollen. Aber wir als Bürger müssen doch sagen, nein, wir wollen aber nicht die gesamte Volkswirtschaft ruinieren und alles Geld der Welt für die Medizinindustrie ausgeben. Sondern es muss verhältnismäßig sein. Es darf eine bestimmte Menge nicht überschreiten, ja, weil wir sonst die gesamte Volkswirtschaft ruinieren und alle Menschen in Armut bringen. Natürlich, wir können, wenn wir alle bereit sind, mit zwei Euro am Tag zu leben in Zukunft, dann können wir ja alles restliche Geld dazu verwenden, immer eine künstliche Untersterblichkeit zu erzeugen. Und wenn dann die Leute auch nur drei Monate länger leben, dann erklären wir das als ein Riesengewinn, ja. Aber dann müssen wir alle von zwei Euro am Tag leben, weil nämlich alles Geld in eine riesige Medizinindustrie fließt, die, und das ist in der Marktwirtschaft der Medizinindustrie, ist das ja nur recht. Das ist ja jetzt auch eine Riesenwerbeaktion für die Bedeutung der Medizinindustrie, ist ja diese Gefährlichkeitsüberschätzung jetzt, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt so ein Theater jetzt rund um die Automobilindustrie gelaufen wäre, dann wäre das auch eine tolle Werbung für die Automobilindustrie gewesen. Also meine Meinung ist, wir hätten, also entweder hätten wir 2018 auch einen totalen Shutdown machen müssen, dann hätte die Regierung in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht, dann hätten wir aber nicht nur 2018, sondern dann könnten wir so alle drei Jahre irgendwie, die ist eine stärkere Grippewelle, da machen wir dann immer einen Totalshutdown, bis die Wirtschaft endlich total kaputt ist, bis wir auf zwei Euro pro Tag Lebensniveau runtergeknüppelt sind. Also, nee, ich halte es für richtig, dass man 2018 keinen Shutdown gemacht hat. Also hat da die Regierung den Fehler nicht gemacht, sondern sie hat ihn jetzt gemacht. Sie hätte die Maßnahmen sofort, sobald man gesehen hat, dass die Sterbezahlen diesmal unter 2018 liegen. Also man hätte ja jetzt gucken können, immer gucken können, 2018, wie viele sind in der ersten Januarwoche gestorben und so weiter. Also immer, man hätte tageweise oder wochenweise die Totenzahlen immer gegenüberstellen müssen, 2020, 2018. Und solange wir unter den Todeszahlen von 18 sind, hätte man sagen müssen, wir müssen die Maßnahmen wieder ein Stück lockern, damit wir den Todeszahlen näher kommen, die wir nun mal gewohnt sind zu akzeptieren, damit eben unsere Wirtschaft nicht kaputt geht. Und dann hätte man immer wieder so hochfahren müssen, und dass wir jetzt also einen Abstand von 26.000 Toten zu 2018 erzielt haben, das ist eine künstliche Produktion einer Untersterblichkeit, für die wir einfach einen viel zu hohen volkswirtschaftlichen Preis zahlen. Wie gesagt, und das könnten wir jedes Jahr schaffen, aber dann sind wir irgendwann völlig pleite. Weil alles Geld, was wir haben, fließt dann nur noch in die Medizinindustrie. Ja, also wir haben 26.000 zu viele künstlich gelockert. Also das würde bedeuten, dass wir jetzt sofort schlagartig zum Beispiel die Kinder in die Kitas und in die Schulen lassen müssen. Und wenn dann die Totenzahlen hochschnellen und wir ungefähr wieder in die Totenzahlen von 2018 uns einreihen und dem annähern, ja, dann lassen wir das annähern. Und wenn wir jetzt dann sehen würden, aha, jetzt schießen plötzlich die Todeszahlen weit über 2018 hinaus, dann müssen wir wieder den Lock, dann müssen wir die Kinder wieder, zumindest mal die Hälfte der Kinder wieder aus der Schule nehmen oder so. Also, aber bevor das nicht der Fall ist, müssen wir sofort die Kinder in die, und ich glaube, Sarah Wagenknecht hat auch sowas geäußert eben, dass die Kinder in die Kitas und Schulen müssen, ja, oder so, ja. Und Schweden sowieso und Weißrussland sowieso, die haben das Ganze ja viel besser gemacht, ja. Also das heißt, also unsere Regierung hat ganz klar Fehler gemacht, das steht jetzt fest, ja. Gut. Das ist ein zu hoher Preis für die Gesamtgesellschaft. Ja, die durchschnittliche Sterberate bis 19.04.2018 von Anfang des Jahres war also 3.029 Tote pro Tag. Also es wird ja oft geredet, dass wir in Deutschland, dass jeden Tag 2.500 sterben. Und ich habe dann immer gesagt, wir müssen ja einen Winterzuschlag geben, denn im Winter sind es ja viel mehr. Okay, jetzt haben wir mal einen Hinweis. Also von 2.500, 500 Zuschlag kommt man auf 3.029. Also die normale Wintertagessterblichkeit, die wir akzeptieren müssen, ist 3.029 Tote pro Tag, ja. Und 2020 haben wir aber nur eine Tageswintersterblichkeit von 2.767. Wir haben also das Ganze um fast 300 Tote zu sehr runtergeknüppelt und bezahlen dafür volkswirtschaftlich einen viel zu hohen Preis. Wir haben also künstlich eine Untersterblichkeit im Vergleich zu 2018 erzielt noch einmal. 2018 die Tagessterblichkeit, 3.029 zu 2020, 2.767. Wir haben also fast 300 Tote vermieden pro Tag und dafür aber riesigen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden angerichtet. Ja, soweit zu diesem Kapitel. Schluck Wasser. Eine Sendung berichtete so über, wie wäre es denn mit Konsumsteuer statt Steuer auf Arbeit? Wie wäre es denn mit Vermögenssteuer? Wie wäre es denn mit Transaktionssteuer und eben nicht auf die Aktien, sondern auf all die anderen Transaktionen? Da hat schon mal ein Denkfehler dabei. Natürlich würden dann die Transaktionen drastisch zurückgehen und dann würde man natürlich auch wieder viel weniger Steuereinnahmen haben. Das Ganze hat nur einen einzigen Haken. Wenn ich mit den Milliardärskönigen rede, die nun mal unsere Welt beherrschen, da steckt immer wieder die Illusion dahinter, es gäbe jetzt schon eine Demokratie. Ohne die Wohlfühlstimme gibt es noch keine echte Demokratie. Also kann es nicht geben. Und das sagt ja Professor Rainer Mausfeld ja auch immer richtig, dass es eben natürlich wir keine Demokratie haben. Das ist einfach so. Das kann nicht sein. Sondern wir werden regiert, wir haben einen Feudalismus und unsere Milliardärskönige sind unsere Regierenden und das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist einfach so. Schluck Wasser. Und deswegen müssen wir doch mit den Milliardärskönigen gut reden. Und jetzt, wenn wir denen sagen, hier, wir wollen ihnen eine Konsumsteuer auferlegen und eine Vermögenssteuer und eine Transaktionssteuer, dann sagen die Milliardärskönige, ja, dann gehen wir raus aus Deutschland, nehmen unsere Arbeitsplätze mit, nehmen unsere Entwicklungsabteilung mit und dann gibt es lauter Arbeitslose in Deutschland und Deutschland verelendet. nicht elendlich, denn wir gehen dann halt in andere Länder, wo es keine Konsumsteuer, keine Vermögenssteuer und keine Transaktionssteuer geht. Ja, gibt. Schluck Wasser. Also immer all diese Thesen, die also den Milliardärskönigen am Ende was wegnehmen wollen, gehen nicht. Deswegen die nextscientistsforfuture.de sagen ja, liebe Milliardärskönige, wir wollen ihnen ganz viel geben. Ja, nur so kommen wir in eine Lösung hinein. Ja, bedingungsloses Grundeinkommen wurde erwähnt. Schluck Wasser. Das Problem ist beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass auch schon, also bei den nextscientistsforfuture.de werden ja Varianten diskutiert zwischen ganz großen bedingungslosen Grundeinkommen und ganz winzigen bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. Aber die Frage ist, sind zwei Fragen, die dann einige Professoren stellen, nämlich fehlt dann die gesunde Angst als Minimalantrieb in der Gesellschaft überhaupt anzupacken, mitzuhelfen? Und dann die andere Frage ist, auch ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen geht wahrscheinlich nur, wenn wir wieder den Milliardärskönigen was wegnehmen müssen und dann gehen die außer Landes. Und was haben wir davon? Dann sind wir alle kaputt. Professor Hans-Werner Sinn beschreibt das ja immer richtig. Also treibt das auch die Reichen aus dem Land? Also von daher, ich weiß es nicht. Also bedingungsloses Grundeinkommen bleibt nach wie vor ein offenes Diskussionsthema. Ja. Dann, man hätte nur so viel Maßnahmen machen dürfen, dass die 25.000 Grippetote 2018 nicht wesentlich unterschritten wird. Ja. Also man hätte das alles, die Maßnahmen immer so weit lockern müssen, dass mir diese 25.000 Grippetote 2018 nicht wesentlich unterschritten hätten. Denn das ist ja die Zahl akzeptabler Wintersterblichkeit. Man kann so sagen, 2018 mit 25.100 so und so viel Grippetoten angeblich ist sozusagen das, was wir so als die akzeptable Wintersterblichkeit haben. Sonst hätten man ja 2018 einen Shutdown machen müssen. Dann hätte ja die Regierung 2018 versagt. Wenn wir jetzt mal sagen, nein, sie hat nicht 2018 versagt, dann ist das so die Grenze. 25.000 Grippetote immer in einem Winter. Das ist für uns eine akzeptable Wintersterblichkeit. Und dann hätten wir niemals so viele Maßnahmen machen dürfen, dass wir das so weit runtergeknüppelt haben. Denn wir haben jetzt ja sozusagen nur, glaube ich, 7.000 Corona-Tote. Und ich glaube, die Corona ist dies Jahr die Grippe, sozusagen Grippevariante, ist nur halt eine Corona-Variante. Und dass wir das so runtergeknüppelt haben, das war der Fehler. Denn man kann immer, jederzeit kann man Sterblichkeiten runterknüppeln. Man ruiniert nur jeweils den gesamten Staat dabei. Die ganze Volkswirtschaft dabei. Also damit ist es bewiesen. Aha, die Gefährlichkeitsüberschätzung der Mediziner und die Unfähigkeit des Medizinstudiums in der Ausbildung der statistischen Fähigkeiten von Ärzten, die bei den in den meisten Mainstream-Ärzten zu wünschen übrig lassen und die wahrscheinlich fehlende Ausbildung, statistische Ausbildung in der politischen Welt und in der Journalistenschaft führten dazu, dass man sozusagen zu viele Maßnahmen gemacht hat und sie auch nicht schnell genug abgebaut hat und man nicht als Zielgröße diese 25.000 Krippetoten oder diese 330.000 Tote oder diese täglich 3029 Tote im Jahre 2018 nicht als Zielgröße genutzt hat, auf die man immerhin justieren muss und wenn man drüber geht, muss man mehr Maßnahmen machen und wenn man drunter geht, muss man weniger Maßnahmen machen. Und die Schweden haben es genau richtig gemacht. Die haben genau diese Zielgröße quasi eingehalten. Die haben quasi jetzt minimal, also wenn man es auf Schweden runterrechnet, ist deren Sterblichkeit eben ungefähr im Rahmen unserer 25.000 Krippetoten von 2018 geblieben und damit hat quasi Schweden einen effizienten Zielschuss gemacht, während wir zu viel Maßnahmen gemacht haben und eine künstliche Untersterblichkeit erzeugt haben, die dem Land in keinster Weise gut tut und die auch keinen Nutzen hat. Denn wie ich habe es eben schon gesagt, wir können, wenn wir alle nur noch arbeiten, um Medizin zu bezahlen, was natürlich der Medizinindustrie, der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie natürlich total recht wäre, die würden sich auf keinen Fall beschweren, dann könnten wir ganz viel Leben verlängern, immer und überall künstlich. Wir könnten aber auch ganz viel Leben verlängern, indem wir endlich das Ernährungssystem umstellen und die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der NextScientists for Future.de machen, mit der Wohlfühlstimme die Marktwirtschaft beenden, den Kapitalismus beenden, dann haben wir jedes Jahr 500 Milliarden Euro Wirtschaftswunder, jedes Jahr auf Dauer, kontinuierlich, auf Dauer, denn, und dann hätten wir viel gesündere, viel langlebigere Menschen und dann haben wir auch eine Untersterblichkeit erzeugt, aber ohne dabei die Volkswirtschaft zu ruinieren, sondern wir haben die Volkswirtschaft um jährlich 500 Milliarden dann gestärkt. Also insofern, ja, es ist, glaube ich, alles klar. Rainer Langhans hat die Konsumsucht nicht verstanden, also er hat als 68er nicht verstanden, wie die Marktwirtschaft der Kapitalismus also tatsächlich uns allen die Sexualität unterdrückt, zwangsläufig unterdrückt und damit Konsumsucht erzeugt. das hat Rainer Langhans nie verstanden. Schade, also er hat nichts, damals nichts verstanden und nichts dazugelernt bis dahin, weil er auch wahrscheinlich, er ist, glaube ich, auch so ein bisschen in den Isospiro und Psychoquatsch hin abgetrifftet. Ja, jetzt zur Tagesmeldung mit Bodo Schiffmann im hessischen Rundfunk, auch wenn auch in der kleinsten Ecke sozusagen Widerstand 2020 und da ist es so, dass nochmal deutlich wurde, der Mainstream-Mediziner, der ihm da gegenüber saß, verbal gegenüber saß, auf Distanz, ich glaube es war aus der Ferne gegenüber saß, der weigert sich natürlich mit den 2018er Grippetoten zu vergleichen, ja, denn für den ist ja so, es spielt keine Rolle, wir sollten Abermilliarden zusätzlich verwenden, wenn wir auch nur ein Leben um zwei Tage verlängern können, dann ist das so wertvoll, dass wir dafür bereit sein müssen, hunderte Milliarden auszugeben. Das ist ja die Grundhaltung eines Mainstream-Mediziners. Das ist ja auch die verquere Medizinethik, die bedeutet, gebt uns noch hunderte von Milliarden zusätzlich jedes Jahr, dann können wir immer da noch ein paar Tage Leben rausholen und da noch ein paar Tage Leben rausholen. Wir können jedes ungeborene Leben im Mutterleib schon operieren und so weiter. Wir können künstlich Leben verlängern und damit würden wir dann die gesamte Gesellschaft endgültig ruinieren. Dann hätten wir einen reinen Medizinstaat. Wir würden alle nur noch arbeiten und leben, um Medizin zu bezahlen. Der Mainstreamer, der weigerte sich demzufolge auch immer mit den 2018er Grippetoten zu vergleichen. Er müsste ja immer mit den 25.000 Toten im Jahre 2018, also Grippetoten im Jahre 2018, da müsste er immer den jetzigen Stand der Toten vergleichen und den als Zielgröße nehmen. Nicht zu viel drunter, nicht zu viel drüber. Aber stattdessen sozusagen fordert er und sagt, ja, Herr Schiffmann, Sie sehen das ja falsch, weil Sie, ja, ja, und im Prinzip ging es darum, dass der Herr Schiffmann quasi vernünftigerweise natürlich sagte, letztendlich, warum sollten wir denn diese Grippetoten von 2018 verunterschreiten künstlich, ja, und dafür dann einen so riesig hohen Preis zahlen, während der andere im Prinzip in die Richtung argumentierte, dass wir eben Leben um jeden Preis, auch den volkswirtschaftlichen Tod, Todespreis hin retten sollten und verlängern sollten, ja. das war so der hinter dem Dialog eigentlich steckende Grundkonflikt sozusagen, ich habe das jetzt also interpretiert, das ist jetzt nicht, was die wörtlich gesagt haben, sondern was hinter dem Gespräch steckte, nämlich, dass ein Mainstream-Mediziner natürlich immer Probleme damit hat, Sterblichkeit einfach mal auch akzeptieren zu können, und dann hat er natürlich der Mainstream-Mediziner natürlich quasi so angedeutet, dem Herrn Schiffmann sollte man natürlich seine Approbation entziehen, also, weil sowas ja nicht ginge und so weiter, ja, naja, im Geschäftssinn hat er recht, wie kann der Herr Schiffmann quasi eine gewisse Sterblichkeit akzeptieren, wenn sich doch mehr Geld damit verdienen lässt, wenn man gar keine Sterblichkeiten mehr akzeptiert, und dann sozusagen, ja, das erinnert mich auch an den Wahn, denn wenn wir irgendwann wirklich versuchen würden, Menschen ewig leben zu lassen, dann wäre das ein Riesenschaden für uns alle, Schluck Wasser. Denn die Evolution stellt das Sterbealter bei uns wahrscheinlich auf 127 Jahre, ist wahrscheinlich genetisch unser Sterbealter ungefähr eingestellt. schwankt natürlich von Mensch zu Mensch minimal, aber diese 127 Jahre sind eingestellt, weil dann sozusagen der Nutzen, den eine Urgroßmutter, ein Urgroßvater noch auf die Urenkel haben kann oder Ururenkel sogar haben kann, der Nutzen wird dann geringer als der Schaden, den das anrichtet, dass die noch da sind und alles noch besetzen, nicht vererben und mitessen und so weiter. Und irgendwo ist dann eben eine sinnvolle Grenze. Und bei Menschen ist die Grenze bei ungefähr 127. Und da sollten wir nicht drangehen. wir müssen wieder dahin zurückgehen, dass wir die Weisheit der 127-Jährigen wieder zum Nutzen der Ururenkel nutzen. Das haben wir ja auch kaputt gemacht, aber das liegt alles an der Marktwirtschaft. Und wenn wir die Marktwirtschaft beenden, dann kriegen wir auch wieder den Nutzen, dass nämlich die 127-Jährigen die Ururenkel-Kinder sehr gut unterrichten können aus ihrer so langen Lebenserfahrung heraus. Aber alles, was versucht jetzt Menschen länger als 127 Jahre leben zu lassen, würde uns riesigen Schaden zufügen, weil nämlich sobald ein Mensch länger als 127 Jahre lebt, er eher schädlich für seine Ururenkel wird. Weil da steht das Nutzen, weil der dann einfach auch zu weit weg ist von der Moderne sozusagen in seinem Denken und dann wird es auch schädlich. Ja und wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, dass bei der Wohlfühlstimme jemand ins Trinkwasser auch Drogen reintun könnte, um dann als Trinkwasser Aufbereitungs, auch als Wasserversorger besser dazustehen, also quasi man gibt sich keine Mühe, die Gifte rauszunehmen aus dem Trinkwasser, tut deswegen stattdessen aber Wohlfühldrogen rein, um so an falsche Verdienstzuschläge heranzukommen, ja, ja, da gibt es aber eben, wenn das 15 Jahre Gefängnis gibt, wird das praktisch keiner tun, wer würde das tun, denn er könnte ja auch wieder nur mit diesen Verdienstzuschlägen durch das Drogen reintun, könnte er sich, müsste er sich ja dann rechtzeitig bevor der Schwindel auffliegt, müsste er sich ja aus dem Land rausflüchten, dann müsste er sich umoperieren lassen, damit er nicht identifiziert werden kann, denn er würde natürlich dann mit internationalem Haftbefehl gesucht werden, also und dann muss man sich klar sein, dass alle Wasserversorger, die in den Ranglisten ganz oben stehen würden, natürlich würde das auf alle möglichen Drogen hin kontrolliert werden, man braucht ja nur die drei, vier, fünf, sechs Top Wasseranbieter der Region sozusagen, sagen, also man das, was man an Kontrollmechanismen hat, kann man dann auf diese drei, vier obersten der Ranglisten, die so richtig Verdienstzuschläge bekommen, darauf kann man sozusagen dann die Kontrollen richten und wenn man dann Drogen findet, dann kann man den ja sofort mit 15 Jahren Gefängnis sofort in Haft bringen, also insofern, ich glaube nicht, dass irgendjemand es wagen wird, Wohlfühldrogen in Nahrungsmittel oder in Trinkwasser oder ähnliche Dinge oder Getränke reinzutun, wenn das mit 15 Jahren Gefängnis bestraft ist und überall die Top-Leute der Ranglisten kontrolliert werden auf Drogen, dann haben wir das Problem wunderbar im Griff und die Wohlfühldstimme kann nicht unterlaufen werden. Ja, so und jetzt kommt noch unsere, ach ja, wir müssen natürlich nochmal unser schönes Tagesbild zeigen, ja, Corona über alles und machen noch die Schlussbetrachtung. Ich bin mal gespannt, ich zeige auch nochmal hier ganz bewusst die neuen Bilder, das können wir gleich nochmal, kann ich dann gleich auch nachkontrollieren, ob die neuen Bilder auch gut sitzen im Bild, ich hoffe, dass die dann ein bisschen schöner sind als bisher, das sind also unsere neuen Anzeigebilder, haben viel Arbeit gekostet, die anderen saßen nicht ganz zentriert. So, dann gucke ich jetzt doch mal und dann mache ich jetzt die Tagesschlussbetrachtung. hier war es, ja, Christian Felber haben wir noch nicht erwähnt, muss jedes Mal erwähnt werden, also seine Gemeinwohlökonomie ist eben viel schlechter als die der nextscientistsforfuture.de, die auch viel länger Entwicklungszeit zugegebenermaßen hatten, die schon vor 52 Jahren in diese Richtung angefangen haben zu forschen und die haben mit der Wohlfühlstimme natürlich viel besser sozusagen das verbessert, was das Bhutanische Bruttonationalglück will oder wollte und nicht richtig konnte und genauso ist die Gemeinwohlbilanz gut gewollt, aber nicht gekonnt, denn da gibt es zu viel Willküraspekte darin und wir können keine Volkswirtschaft auf Willküreinschätzungen irgendwelcher Wirtschafts- und Gemeinwohlprüfer hin machen und das ist also der völlig falsche Weg. Natürlich müssten wir das mit dem Gemeinwohlkonzept der nextscientistsforfuture.de machen. Ja, bei Nico Pech ist nochmal ganz klar, der moralische Appell an eine Genügsamkeit erreicht Konsumsüchtige nicht. Wir müssen den Konsumsüchtigen wieder, den frustrierten Menschen, auch den frustrierten Verschwörungstheoretikern müssen wir wieder Glück geben, Lebensqualität, Lebenslust, Liebeslebenslust geben und dann fällt die ganze Konsumsucht von den Menschen ab und dann haben wir einen echten Degrowth, ein echtes Postwachstum. Kevin Kühnert ruiniert uns mit Enteignungsfantasien und führt dazu, dass die Bauwirtschaft nicht kein Geld mehr für die Instandhaltung unserer Wohnungen ausgeben wird. Rainer Mausfeld fordert auf, dass wir an die Zentren der Macht rangehen. Er will also nicht mit den Milliardärskönigen, sondern will irgendwas gegen die Milliardärskönige, grenzt also auch ans Verfassungsfeindliche, denn woanders soll das jeweils enden, außer in Gewalt. Und Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rehm zwar noch mal ins Bild gerückt, wenn man deren jetziges Konzept umsetzen würde, dann wäre Europa total kaputt. Also bitte bitte nehmt das Angebot der Next Scientists bezüglich Kohlestopp 2626 und 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima endlich an, sonst werdet ihr als eine der Total Versager Bewegungen in die Geschichte eingehen. So, ich glaube, das war es schon wieder für die jetzige Sendung. Tschüssi, bis bald.